Lumpeliedli hat's schon früher gegeben. Wie machen's denn die Zimmerleute? Ist ein paar Jahre nach 1900 in der Sammelgröseligarte rausgekommen. Wie machen's denn die Zimmerleute? Und so machen sie's. Sie hauen ab einen kleinen Spohn und heuschen dann einen grossen Lohn. Und so, und so, und so machen sie's. Wie machen's denn die Mauerleute? Und so machen sie's. Der Mauerer, der schlagt dreck ins Loch und breicht das nicht, so tätscht es doch. Und so, und so, und so machen sie's. Wie machen's denn die Schmitteleute? Und so machen sie's. Und so machen sie's. Sie schlönen alten Nagel ein und sagen, sieg ein Neue gsi. Und so, und so, und so machen sie's. Wie machen's denn die Schreiberleute? Und so machen sie's. Und so machen sie's. Wie machen's denn die Schreiberleute? Und so machen sie's. Wie machen's denn die Schreiberleute? Und so machen sie's. Wie machen's denn die Schreiberleute? Und so machen sie's. 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 Wie machen's denn die Schreiberleute? Und so machen sie's. Und so machen sie's. Und so machen sie's. Wie machen's denn die Schreiberleute. Und so machen sie's. Wie machen sie's. Und so machen sie's. Und so, und so, und so machen sie's. Wie machen es denn die Mode-Leute? Und so machen sie es. Sie schneiden drei ins Hosebein und nennen das der letzte Schrei. Und so, und so, und so machen sie es. Wie machen es denn die Sportler-Leute? Und so machen sie es. Wollt'sch auf dem Protest-Tausch da, heisst Gring-Abe und Säckle-Mah? Und so, und so, und so machen sie es. Auch in der Tierwelt nimmt es einem manchmal Wunder, wie denn das da so geht. Wie machen es denn die Schnäckle heute? Und so machen sie es. Sie säufen uns zuerst Strassen ein und sausen dann ganz schnell vorbei. Und so, und so, und so machen sie es. Wie machen es denn die Würmchen heute? Und so machen sie es. Sie bohren ein Loch durch die Erde durch und rutschen auf dem Föhrchen bis Chur. Und so, und so, und so machen sie es. Wie machen es denn die Kühe heute? Und so machen sie es. Sie sind schon alle längstens zu Chur und jagen Würmchen rund um die Uhr. Und so, und so, und so, und so machen sie es. Wie machen es denn die Kühe heute? Und so machen sie es. Sie machen Milch mit Glockengläut und braune Schokolade für die Leute. Und so, und so, und so machen sie es. Wie machen sie es denn? Und so machen sie es. Wie machen sie es denn?